Hallo und willkommen zum Basic 2. Ich bin Christina und in Basic 1 haben wir uns die schriftliche Addition und Subtraktion angeschaut. Dabei haben wir uns am Ende gefragt, wie man zum Beispiel 579 plus 443 oder 673 minus 299 lösen kann. Du fragst dich jetzt, was daran anders ist zu den Rechnungen von Basic 1? Na, ich zeig's dir! Fangen wir an mit 579 plus 443. Wir schreiben die beiden Zahlen zuerst stellenwertrichtig untereinander, das heißt Einer unter Einer, Zehner unter Zehner und Hunderter unter Hunderter. Dann machen wir einen Rechenstrich unter dem zweiten Summanden. Aber diesmal lassen wir etwas Abstand zwischen dem zweiten Summanden und dem Rechenstrich. Wenn du willst, kannst du neben dem zweiten Summanden ein Plus schreiben, damit du genau weißt, was zu tun ist. Bei der Addition kann man von oben nach unten rechnen oder von unten nach oben, da ja das Kommutativgesetz gilt. Ich rechne jetzt von unten nach oben. Fangen wir an mit den Einer-Stellen. 3 plus 9 ergibt 12. Jetzt siehst du vielleicht auch den Unterschied zu den Rechnungen im Basic 1. Im Basic 1 hatten wir im Ergebnis immer nur Zahlen, die nicht größer als 9 sind. Jetzt haben wir aber den Zwölfer. Schreiben wir den Zwölfer jetzt einfach ins Ergebnis? Nein, nicht ganz. Wir befinden uns ja gerade bei den Einern. 3 Einer plus 9 Einer sind 12 Einer. 12 Einer sind ja aber auch 1 Zehner und 2 Einer. Jetzt haben wir 2 Einer und 1 Zehner. Das heißt, wir können die 2 Einer ins Ergebnis schreiben und den 1 Zehner nehmen wir mit in die Zehner-Spalte. Das heißt, die 1er-Stelle des Ergebnis ist der 2er und den 1 Zehner nehmen wir mit in die Zehner-Spalte. Jetzt schauen wir uns die Zehner-Spalte an. 1 Zehner plus 4 Zehner plus 7 Zehner sind 12 Zehner. Das heißt, wir haben den 1 Zehner plus die 4 Zehner plus die 7 Zehner sind 12 Zehner. 12 Zehner ist aber das gleiche wie 1 Hunderter und 2 Zehner. Das heißt, wir können die 2 Zehner ins Ergebnis des Zehners schreiben. Das heißt, die Zehner-Stelle des Ergebnis ist der 2er. Und den 1 Hunderter nehmen wir mit in die 100er-Spalte. Jetzt schauen wir uns die 100er-Spalte an. 1 Hunderter plus 4 Hunderter plus 5 Hunderter sind 10 Hunderter. Das heißt, wir können die 1 Hunderter von davor plus 4 Hunderter plus 5 Hunderter sind 10 Hunderter. 10 Hunderter ist ja das gleiche wie 1 Tausender und 0 Hunderter. Deswegen ist die 100er-Stelle des Ergebnis der Nuller und die 1000er-Stelle des Ergebnis ist der Einser. Daraus folgt, dass 579 plus 443 gleich 1022 ist. Jetzt bist du an der Reihe. Wie viel ergibt 367 plus 554? Schreib die beiden Zahlen zuerst stellenwert richtig untereinander und mach einen Rechenstrich darunter. Super, genau so sollte es ausschauen. Vergiss nicht auf dem Platz zwischen dem zweiten Summanden und dem Rechenstrich. Wenn du willst, kannst du wieder ein Plus neben den zweiten Summanden schreiben, damit du genau weißt, was zu tun ist. Und jetzt rechne es aus. Großartig! Die richtige Antwort lautet 921. 367 plus 554 ergibt 921. Und jetzt schauen wir es uns nochmal zusammen an. Ich rechne wieder von unten nach oben. 4 plus 7 ergibt 11. 11 besteht aus einem Zehner und einem Einer. Das heißt, die Einer-Stelle des Ergebnis ist der Einser. Und der eine Zehner kommt mit in die Zehnerspalte. Ein Zehner plus fünf Zehner plus sechs Zehner sind zwölf Zehner. Zwölf Zehner besteht aus einem Hunderter und zwei Zehner. Deswegen ist das Zehnerschwerfergebnis der Zweier. Und der eine Hunderter kommt mit in die Hunderterspalte. Ein Hunderter plus fünf Hunderter plus drei Hunderter sind insgesamt neun Hunderter. Das heißt, die Neunhunderter kommen in die Hunderter-Spalte des Ergebnis. Das heißt, die Hunderter-Stelle des Ergebnis ist der Neuner. Und daraus folgt, dass 367 plus 554 gleich 921 ist. Weiter geht es mit der Subtraktion. In Basic 1 haben wir uns zwei verschiedene Verfahren angeschaut. Und zwar das Ergänzungsverfahren und das Abziehverfahren. Du hast dir eins von den beiden Verfahren aussuchen können, welches dir leichter fällt. Heute stelle ich dir wieder beide Möglichkeiten vor und du kannst wieder das Verfahren nehmen, welches dir leichter fällt. Fangen wir an mit dem Abziehverfahren. Wie viel ergibt 673 minus 299? Wir schreiben die beiden Zahlen, wieder stellen wir es richtig untereinander und machen einen Rechenstrich darunter. Da wir subtrahieren, brauchen wir ein Minus neben dem Subtrahenten. Beim Abziehverfahren rechnen wir von oben nach unten. Fangen wir an mit den Einern. 3 minus 9 ist in den natürlichen Zahlen nicht lösbar. Aber es gibt einen Trick. Wir haben ja im Minuenten 7 Zehner. Wir können uns einen Zehner davon nehmen, damit die Rechnung lösbar ist. 13 minus 9 ist ja lösbar. Wenn wir das machen, müssen wir aber die Anzahl der Zehner im Minuenten um 1 reduzieren. Das heißt, statt 7 Zehner im Minuenten haben wir nur noch 6 Zehner, weil wir einen Zehner zu den 3 Einern dazugeschrieben haben. Ein Zehner ist ja auch 10 Einer. Deswegen haben wir jetzt statt 3 Einern 13 Einer. 13 minus 9 ergibt 4. Deswegen ist die Einerstellersergebnis der Vierer. Jetzt schauen wir uns die Zehnerstellen an. Wir haben jetzt nur noch 6 Zehner. 6 minus 9 ist aber wieder in den natürlichen Zahlen nicht lösbar. Jetzt müssen wir den gleichen Trick wie von vorher machen. Wir haben ja im Minuenten 6 Hunderter und können wir uns ja 1 Hunderter davon nehmen, weil 1 Hunderter sind 10 Zehner und schreiben statt 6 Zehner 16 Zehner hin. Wenn wir das machen, müssen wir mal die Anzahl der Hunderter im Minuenten um 1 reduzieren. Das heißt, wir haben nur noch 5 Hunderter. 16 minus 9 ist lösbar und ergibt 7. Deswegen ist die Zehnerstellersergebnis der Siebener. Jetzt schauen wir uns die Hunderterstellen an. Wir haben jetzt noch 5 Hunderter und rechnen minus 2. 5 minus 2 ergibt 3. Deswegen ist die Hunderterstellersergebnis der Dreier. Daraus folgt, dass 673 minus 299 gleich 374 ist. Weiter geht's mit dem Ergänzungsverfahren. Wir nehmen wieder die gleiche Rechnung, schreiben die Zahlen wieder Stellenwert richtig untereinander, machen einen Rechensstrich darunter und schreiben das Minus in den Subtreihänden. Beim Ergänzungsverfahren rechnen wir von unten nach oben. Fangen wir an mit den Einerstellen. 9 plus wie viel ergibt 3. Diese Rechnung ist in der natürlichen Zahl nicht lösbar. Deswegen brauchen wir wieder unseren Trick. Die Minuenten haben wir jetzt 7 Zehnern. 1 Zehner sind gleich 10 Einer. Das heißt, wenn wir uns einen Zehner nehmen, dafür nur noch 6 Zehner in Minuenten haben, und diesen einen Zehner bzw. 10 Einer zu den 3 Einern dazugeben, im Minuenten, dann haben wir die Rechnung 9 plus wie viel ergibt 13. Diese Rechnung ist erlösbar. 9 plus 4 ergibt 13. Deswegen ist die Einerstellersergebnis der 4er. Das heißt, wir haben uns für diesen 7 Zehnern einen Zehner genommen, weil das ja auch 10 Einer sind und zu den 3 Einer dazu addiert. Jetzt schauen wir uns die Zehnerspalte an. 9 plus wie viel ergibt 6. Diese Rechnung ist wieder in den natürlichen Zahlen nicht lösbar. Deswegen brauchen wir unseren Trick. Wir haben ja Minuenten 6 Hunderter. Ein Hunderter sind 10 Zehner. Das heißt, wir nehmen einen Hunderter. Das heißt, wir haben nur noch 5 Hunderter im Minuenten und schreiben einen Hunderter bzw. 10 Zehner dazu zu den 6 Zehnern. Dann haben wir die Rechnung 9 plus wie viel ergibt 16. Diese Rechnung ist lösbar in den natürlichen Zahlen. 9 plus wie viel ergibt 16. 9 plus 7 ergibt 16. Deswegen ist die Zehnerstellersergebnis der 7er. Jetzt schauen wir uns auch die Hunderterstellen an. 2 plus wie viel ergibt 5. 2 plus 3 ergibt 5. Deswegen ist die Hunderterstellersergebnis der 3er. Und daraus folgt, dass 673 minus 299 gleich 374 ist. Jetzt bist du wieder an der Reihe. Wie viel ergibt 428 minus 183? Schreib die beiden Zahlen zuerst stellenwert richtig untereinander. Super, genauso sollte es ausschauen. Und jetzt rechne es aus. Perfekt, die richtige Antwort lautet 245. Wenn du das Abziehverfahren verwendet hast, hast du gerechnet 8 minus 3 ergibt 5. Deswegen ist die Einerstellersergebnis der 5er. 2 minus 8 ist in der natürlichen Zahl nicht lösbar. Deswegen hast du dir von den 400ern im Innuenden einen genommen und dazugeschrieben zu den 2 Zehnern. Das heißt, wir haben dann 12 Zehner und streichen 100er weg und haben im Innuenden nur noch 300er. 12 minus 8 ergibt 4. Deswegen ist die Zehnerstellersergebnis der 4er. Und 300er minus 100er sind 200er. Deswegen ist die 100erstellersergebnis der 2er. Beim Ergänzungsverfahren hast du gerechnet. 3 plus wie viel ergibt 8? 3 plus 5 ergibt 8. Deswegen ist die Einerstellersergebnis der 5er. 8 plus wie viel ergibt 2? Ist in der natürlichen Zahl nicht lösbar. Deswegen brauchen wir wieder den Trick. Von den 400ern im Innuenden nimmt man sich einen und schreibt ihn zu den 2 Zehnern dazu. Das heißt, wir haben dann 12 Zehner. Wir haben schon wegen dem Abziehverfahren das durchgestrichen und wir haben dann noch 300er im Innuenden. 8 plus wie viel ergibt 12? 8 plus 4 ergibt 12. Deswegen ist die Zehnerstellersergebnis der 4er. Und 1 plus wie viel ergibt 3? 1 plus 2 ergibt 3. Deswegen ist die 100erstellersergebnis der 2er. Und daraus folgt, dass 428 minus 183 gleich 245 ist. Wenn du jetzt mit größeren Zahlen rechnen magst, schau dir das nächste Video an. Ich freue mich auf dich. Bis bald! 10. Vielen Dank.